Moin Leute, was geht? Mein Name ist PhilGamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen heute zu einem ganz langen Video. Ich glaube 10 Minuten oder noch länger. Wir werden heute mal ein langes Video machen für meine coolen Abonnenten. Hier erstmal ein großes Moin Moin hier. Und ich würde sagen, erstmal, ich habe hier eine geile Karre, bevor wir hier in den Helikopter steigen in First Person. Ja, erstmal ein großes Danke hier an über 1800 Abonnenten. Ihr seid einfach spitze. Ja, ihr seht hier, wir sind hier in einem wunderbaren Auto und haben noch einen schönen Helm an. Sieht auch richtig geil aus. Alles schön animiert und wunderbar. Besonders geil finde ich auch diese Rückseite. Die heißen die Rückspiegel. Die sind auch toll animiert. Man sieht hier tatsächlich ein bisschen hinten das Gebäude. Seht ihr das? Richtig nice. Dass man sowas überhaupt hinbekommt, ist eigentlich ein Wunder. Das muss ich euch wirklich sagen. Grafisch sowas, solche Rückspiegel. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte bei GTA 5 auf der Next Genk und sowas wäre eine graue Fläche. Aber dass man sogar Spiegelungen erkennt, das ist, und ich kann das euch sagen, ist ein grafisches Wunder. Hammer. So. Also meine Lieblingswaffe wisst ihr ja, Belegknarre muss schon sein. Sieht geil aus. Für das Person, Digga. So. Steigen wir mal in den Helikopter und starten mal das ganze Ding. Und steigen in die Höhen von Los Santos. Okay. Auch die Innenaussicht ist hier schön. Da hinten können auch noch PSN-Freunde hocken. Die können dann mit der Sniper oder mit der MG dann warten. Also wir haben noch ein Fallschirm im Skar. Das ist doch sehr gut. Ach, hier. Hör mal. Hier, guck mal. Hier ist dieser komische Kran. Aber da wollen wir überhaupt nicht hin. Wir wollen so ein paar Leuten hier auf der Map. Hehe. Ja, 30 Leute. Davon merken wir gar nichts. Einmal war ich in der Lobby mit 25 Leuten. Das war eigentlich alles. Vielleicht soll ich auch mal ein bisschen weiter runter. Ich habe nämlich schon einen ausgemacht. Guck mal, da unten hat er sich versteckt. Jetzt kommt der Clan Lieber und Elite. Oh, ihr hört schon. Oh Gott, Alter. Hat der Agent dabei? Nein, Agent ist nicht dabei. Ich glaube, der ist in einer Party und spielt Call of Duty. Oh, der ist in einem Waffenschopf. Alter, nein. Der hat sich in einem Waffenschopf eingenistet. Dann wollen wir es mal machen. Wir machen jetzt was richtig krasses. Achtung. Öffne dich, du scheiß Schirm. Ach, der kacke Fallschirm ist. Der hat sich nicht geöffnet. Ich wollte eigentlich, dass der Heli langsam nach unten gleitet und dann das Auto unten zerstört. Aber das kann ich vergessen hier. Vielen Dank auch. Moin. So, rein da in die Karre. Schön, schönes Auto. Schönes Auto, wunderbar animiert. Ich glaube, das sind Meilen pro Stunde. Und Meilen pro Stunde sind, glaube ich, ist anders definiert als Kilometer pro Stunde. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ne, wo ist denn der hin? Ich weiß nicht, dass ich verpisst. Egal. Fahren wir mal ein bisschen hier in die Menge rein. Excuse me, excuse me. Was haben wir hier noch am Start? Die bisschen größere Knarre, die sind ein bisschen besser. Ja, ja, komm, wir gehen jetzt mal in den Waffen-Shop. Ich habe ja gesagt, ich mache ein langes Video. Da können wir ja auf jeden Fall noch in den Waffen-Shop rein. Wenn er uns rein lässt. Oder wir gucken uns mal die First-Person-Perspektive im Ferrari an. Wenn das der Ferrari ist. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber ich glaube, das ist ein Ferrari. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice, Mann. Das ist doch der Hammer. Der Ferrari in First-Person. Den müsst ihr euch gönnen. Guckt ihn euch mal an. Ja, Mann, Mann, Mann. Da kommt man richtig ins Feeling hier. Boah, wenn die Bullen nicht wären hier. Echt, verpisst euch. Aber das geht leider nicht. Ihr habt Glück, dass ich keine Granate am Start habe. Sonst hätte ich die weggebombt. Oh, seid ihr fähig? Hier habe ich mich getroffen. Oh, so eine Scheiße, Digga. Ja, ich habe eine Freundin zur Frage bekommen. Muss ich gleich mal gucken. Die nehme ich auf jeden Fall nach Hahn. Wir haben aber noch andere Waffen. Ich hoffe, es kommen andere Waffen hier. Und so. Hier ist ja eine Rolltreiber, das habe ich gar nicht gewusst. Sind sie ein Idiot? Nee, geht leider nicht. Schade, schade. Ja, Scheiße, mein Semino und Fahndungsstern. Das ist ja richtig kacke. Und wie es natürlich wieder ist, in GTA Online ist keiner... Was war denn das? Ey, Leute, was war denn das? Ich habe doch hier einen Aufzug gesehen. Wo habe ich das gesehen? Irgendwo ist doch ein Aufzug. Was hier? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall was gesehen. Es sah aus wie ein Aufzug. Boah, wie ich die fucking Bullen hasse, Alter. Die müssen mir jetzt auf den Geist gehen, ehrlich. Was ist denn das für komische Punkte überhaupt? Sind die wichtig? Ist das Mary Porter oder was? Ich habe auf jeden Fall irgendwie Aufzug gesehen. Ich bin ja nicht blind oder so. Oh nein, Digga. Stirbt. Wo habe ich das denn gesehen hier? Ah, hier. Ist ja nice. Hier gibt es Aufzüge. Fucking loser. Jetzt muss ich nur irgendwie da reinkommen, naja, ehrlich. Aber ich glaube, hier ist alles verschlossen. Da kann ich noch so wild draufballern, da geht es nicht rein, Mann. Schade. Ich wäre gerne mit dem Aufzug gefahren, aber leider geht das nicht. Boah, es geht mir die ganze Zeit so ein Bulle auf den Sack. Oder so ein Sicherheitswachmann. Ich glaube, es war ein Fehler. Tod, Mann. Tod. Nice. Was? Oh, Sademann. Todesurteil. Dein Todesurteil. Gar nichts da. hallo ist ja immer da jemand hier drin ist keiner da man cool was geht jetzt ab ich habe immer noch gerne geil war nicht wohl alle die mann geiler haben auf der besondere ich liebe gräntes auto ihr hoffentlich auch und bis zum nächsten mal heute kommt auf der richtigen vier Vielen Dank.